Nachdenkseiten Die kritische Website Die Verblödung schreitet voran. Ein Beitrag von Albrecht Müller Es ist erstaunlich, was sich das Publikum in diesen Tagen bieten lässt. Die Verblödung schreitet voran. Das wird an mehreren Beispielen gezeigt und belegt. Am Glauben an eine Kryptowährung. An der Absicht, die Beziehungen zum Nachbarn Russland langfristig zu beschädigen oder gar zu beenden. An der damit verbundenen Selbstbeschädigung. An der Auslieferung unseres Landes an Einflussagenten und so weiter. Zugegeben, es gibt keinen Maßstab zur Messung der Verblödung von Politik und Medien. Und damit gibt es auch keinen Maßstab zur Messung einer Veränderung. Aber schauen Sie selbst anhand der folgenden Beispiele, ob es zu leichtfertig ist, von einer Veränderung zum Schlechteren zu sprechen. Erstes Beispiel In dem Text Terra und Luna oder wie der Mond die Erde vernichtete vom 26. Mai 2022 beschreiben Heiner Flassbeck und Friederike Spieker, wie einfältig jenes Publikum ist, das sich von einer Kryptowährung beeindrucken lässt. Zum Einstieg ist der Beginn des Textes wiedergegeben. Zitat Der Algorithmus für diese neue Kryptowährung war sicher schnell geschrieben. Und schon begannen erstaunlich viele Menschen, ihre hart erarbeitete staatliche Währung gegen die elektronische Verheißung einzutauschen. Das Modell nahm rasch an Fahrt auf, wie das für ein Schneeballsystem nicht ungewöhnlich ist, solange kein Teilnehmer begreift, dass es ein Schneeballsystem ist. Terra musste die sogenannte harte Währung heißen, darunter tat man es nicht. Um stabil zum US-Dollar gehalten zu werden, benötigte Terra eine eigene Kryptowährung namens Luna. Denn die Betreiber von Terra dachten mitnichten daran, das Geld, das sie von Anlegern erhielten, in auf US-Dollar lautende Papiere zu stecken, um die Parität von Terra zum US-Dollar abzusichern. Stattdessen – und das war der wirklich geniale Trick – bauten sie folgendes System auf. Wer die Währung Terra mit der 1-zu-1-Fixierung zum US-Dollar bekommen wollte, musste dafür zuerst die Währung Luna erwerben, deren Wert sich nach Angebot und Nachfrage richtete. An ihrem höchsten Punkt im zweiten Quartal 2022 wurde eine Einheit der Kunstwährung Luna zu über 100 Dollar gehandelt. Man konnte also für 100 US-Dollar eine Einheit Luna erwerben und sie in eine Einheit Terra umtauschen, die ihrerseits mit genau einem US-Dollar in Anführungszeichen abgesichert sein sollte. Gewinner aus dem Nichts Was nichts anderes heißt, als dass die Schöpfer für ihr elektronisches Nichts namens Luna zeitweise unglaubliche Gegenwerte in wirklicher Währung bekamen und gleichzeitig behaupteten, niemand gewinne oder verliere etwas, weil der Wert von Terra ja garantiert sei. Man fragt sich, wie blöd ein Mensch sein muss, um dieses sogenannte Geschäftsmodell nicht zu durchschauen. Oder besser, wie geldgierig einerseits und er boost über die Null- bzw. Niedrigzinspolitik westlicher Zentralbanken andererseits, dass er sich auf so groben Unfug einlässt. Zitat Ende. Es lohnt sich, den Beitrag von Flassbeck und Spieker vollständig zu lesen. Er ist an dieser Stelle verlinkt. Zweites Beispiel Die FAZ berichtete am 27. Mai 2022 auf ihrer ersten Seite von einer Umfrage des Institutes für Demoskopie Allensbach. Danach sei die Mehrheit der Deutschen unter dem sogenannten Eindruck des Überfalls auf die Ukraine mehrheitlich für Abschreckung. Zitat Mehrheit setzt auf Abschreckung. FAZ Frankfurt Die Mehrheit der Deutschen Bevölkerung ist unter dem Eindruck des Überfalls auf die Ukraine davon überzeugt, dass sich Russland nur durch militärische Abschreckung von einem Angriff abhalten lässt. Nach einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der FAZ sprechen sich 56 Prozent für eine Abschreckung durch eigene militärische Stärke aus. Allerdings sind die Positionsunterschiede in der Sicherheitspolitik zwischen West- und Ostdeutschland erheblich. Während im Westen 62 Prozent auf Abschreckung als wirksamstes Mittel setzen, sind es im Osten nur 30 Prozent. Eine Verstärkung der NATO-Truppen befürworten in Westdeutschland 62 Prozent, in Ostdeutschland sind es nur 29 Prozent. Die Erfüllung von Bündnisverpflichtungen im Angriffsfall wollen in Westdeutschland 63 Prozent, in Ostdeutschland stimmen dem lediglich 36 Prozent zu. Bemerkenswert ist die Neupositionierung der Anhänger der Grünen. Plädierte seit den frühen 80er Jahren eine überwältigende Mehrheit der Grünen-Anhänger für einseitige Abrüstung des Westens, sind es in dieser Gruppe nun 62 Prozent, die Abschreckung als beste Verteidigung sehen. Zitat Ende. 62 Prozent setzen im Westen Deutschlands auf Abschreckung als wirksamstes Mittel der Sicherheitspolitik. Im Osten sind es nur 30 Prozent. Eine Verstärkung der NATO-Truppen wollen 62 Prozent im Westen und nur 39 Prozent in Ostdeutschland. Glückliches Mittel- und Ostdeutschland. Bemerkenswert sei die Veränderung bei den Grünen. Früher habe eine überwältigende Mehrheit für einseitige Abrüstung des Westens plädiert. Nun halten 62 Prozent dieser Gruppe die Abschreckung für die beste Verteidigung fantastisch. Die Verblödung ist also bei den Grünen und im Westen besonders weit fortgeschritten. Ich spreche bei diesem Vorgang freimütig von Verblödung, weil ich die Wiederbewaffnung und den Kalten Krieg in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts und dann die Phase der Entspannungspolitik ab 1968 mit den Ostverträgen einschließlich der Vorbereitung für die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa von 1975 miterlebt habe. Dies gilt auch für die Friedensdemonstrationen von 1980 und den folgenden Jahren. Dies war möglich, weil sich Millionen Deutsche mit diesen Lebensfragen beschäftigt haben und für Verständigung eingetreten sind. Heute beglückt uns die FAZ mit der zitierten Umfrage. Und auf Seite 8 dann auch noch mit einer wohlwollenden Erläuterung des veränderten Leitbildes der Mehrheit der Deutschen mit dem Titel »Wehrhafter Frieden – Der Ukraine-Krieg hat die Stimmung völlig verändert« von Prof. Dr. Renate Köcher auf Seite 8 derselben Ausgabe. Drittes Beispiel Die Verantwortlichen im Westen reden von Zeitenwende im Umgang mit Russland und setzen zugleich auf einen Regime-Change. Das passt nicht zusammen. Wer von Zeitenwende redet, wie etwa Bundeskanzler Scholz, spricht damit eine langfristig angelegte Veränderung an. Zugleich wird aber davon schwadroniert, der Krieg in der Ukraine werde von der Ukraine gewonnen. Sehen Sie sich hierzu gerne den Beitrag der Tagesschau vom 26. Mai 2022 an. Es ist die Rede von Bundeskanzler Scholz auf dem World Economic Forum in Davos mit dem Titel »Putin wird seinen Krieg nicht gewinnen«. Offensichtlich spekuliert man darauf, dass Putin in Russland abgelöst wird, mehr oder weniger schnell. Zu dieser Erwartung passen ganz und gar nicht die auf langfristige Veränderungen angelegte Politik, sich von Energielieferungen Russlands unabhängig zu machen und stattdessen Milliarden in teures und ökologisch brisantes Flüssiggas aus den USA zu investieren, genauer gesagt zu verpulvern. Das ist Verblödung im Interesse der USA. So blöd war man übrigens nicht einmal in Zeiten des Kalten Krieges der 50er und 60er Jahre. Damals schon wurde Energie aus der Sowjetunion bezogen. Viertes Beispiel. Es wird in der gesamten Debatte nicht beachtet, dass die offen erklärte Absicht, Russland zu ruinieren, böse wirtschaftliche Folgen für unser eigenes Land haben wird. Teile der deutschen Industrie werden ohne günstige Energieversorgung auf der Strecke bleiben. Auch die Milliardensubventionen für die Ukraine und die Milliarden zusätzlicher Ausgaben für das Militär werden keineswegs spurlos an uns und vor allem an der großen Mehrheit unseres Volkes vorbeigehen. Wir werden bitter dafür bezahlen. Wer diese Folgen ausblendet, tickt nicht richtig. In diesem Zusammenhang weise ich auf einen Text im Handelsblatt Morning Briefing vom Montag dieser Woche hin. Dort wird eine ganz andere Rechnung aufgemacht, aus meiner Sicht reine Propaganda. Ich zitiere. Weniger Angst. Politische Moral lohnt sich. Die Realpolitik besagt, dass Ethik im politischen Konfliktfall keine große Rolle spielt. Moral ist dann das, was man sich leider gerade nicht leisten kann. Eine ganz andere Rechnung macht der Yale-Professor Jeffrey Sonnenfeld im Handelsblattgespräch auf. Aktionäre von Unternehmen, die Russland verlassen, haben einen Vorteil. Der Marktwert solcher Firmen sei spürbar angestiegen und habe den Wertverlust durch Abschreibungen und Umsatzeinbußen klar übertroffen, erklärt der US-Ökonom seine eigene Analyse von 600 börsennotierten Gesellschaften. Die meisten CEOs hätten erkannt, Zitat, dass sie eine Verantwortung tragen, die über die kurzfristige Steigerung des Shareholder-Value hinausgeht, Zitat Ende. Hart kritisiert Sonnenfeld den redefreudigen Volkswagen-Chef Herbert Dies, der sich kürzlich für eine Vertragslösung mit dem russischen Diktator Wladimir Putin aussprach. Zitat, In seinem Morning Briefing, das man früher noch mit einem gewissen Gewinn lesen konnte, wird heute unentwegt indoktriniert, verblödet. Fünftes Beispiel Wir sind eine Bananenrepublik Das meinte ein Leser der Nachdenkseiten heute in einer Sprachnachricht. Er machte auf eine Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages von 5. Juli 2021 aufmerksam. In dieser Studie wird geschildert und belegt, wie weit die Führungskräfte unseres Landes schon in den Händen atlantischer und, das heißt, US-amerikanischer Institutionen geraten sind. In dieser Studie, die an dieser Stelle verlinkt ist, wird im Einzelnen belegt, wie berechtigt der Gebrauch des Wortes Einflussagent zur Beschreibung des Einflusses der USA auf die deutsche Politik ist. Die Mehrheit der Deutschen nimmt diese gefährliche Situation nicht wahr. Wie soll man eine solche Wahrnehmungsstörung nennen? Zum Schluss weise ich im Zusammenhang mit dem Thema Verblödung auf zwei Beiträge aus der Kabarett-Szene hin. Der erste Beitrag ist vom 4. Januar 2009 mit dem Titel »Geschieht die Verblödung durch die Medien willentlich?« und anderes mehr von Georg Schramm. Sie finden eine Verlinkung des YouTube-Beitrages. Der zweite Beitrag ist das Programm »Wacht auf« von Christoph Sieber aus dem Jahr 2012. Auch dieser YouTube-Beitrag ist an dieser Stelle verlinkt. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020